Hallo alle, schön, dass ihr zu diesem mega langen Video vorbeischaut. Ich zeige euch, wie ich diesen Schuh hergestellt habe. Es war ein bisschen knifflig für mich. Ihr wisst ja, dass dieses 3D-artige im Moment noch sehr schwer für mich ist und ich ein bisschen üben muss. Aber ja, nachher ist man immer schlauer. Ich weiß jetzt auf jeden Fall, dass ich viele Sachen anders gemacht hätte. Aber da komme ich gleich noch drauf zurück. Ich habe so angefangen, dass ich mir den Schuh vom Geburtstagskind genommen habe und den in Folie eingepackt habe, weil ich nicht möchte, dass der halt auf meinem Tisch liegt. Der meint, ist ja dreckig. Und was ich dann gemacht habe, ist einfach einmal die Sohle abgezeichnet, genauso wie sozusagen das Seitenprofil von dem Schuh. Und dann, bevor ich überhaupt angefangen habe, das zu machen, habe ich mir da so eine Art Brownie-Boden gebacken. Und das war, ich glaube, so die schlechteste Wahl, die ich hätte treffen können, was Böden angeht. Ich könnte euch da eher empfehlen, dass ihr eine Art Sandkuchen nehmt, irgendwie einen Zitronenkuchen oder so. Oder eventuell die Mailänder Böden, die ich euch gezeigt habe, die wären hervorragend dafür gewesen. Also falls ich das nochmal machen sollte, werde ich auf jeden Fall die dafür nehmen. Weil dieser Brownie-Boden, wie ihr da sehen könnt, der ist, weil der so lange backen musste, war der außen zum Teil richtig hart und trocken und bröselig. Und innen war der noch mega, mega weich. Das innen war auf jeden Fall super lecker, aber außen beim Schneiden war das einfach nur frustrierend. Und das ist mir zum Teil, ist mir oben die obere Hälfte komplett auseinandergebrochen, weil das schon so hart gebacken war. Ja, also das ist zum Beispiel etwas, was ich auf jeden Fall anders machen würde, aber nachher ist man immer schlauer, von daher wissen wir fürs nächste Mal Bescheid. Okay, nachdem ich mir die Sohle da zurechtgeschnitten habe, nehme ich jetzt dieses Seitenprofil sozusagen und schaue einfach nur, wo ein bisschen Höhe an dem Schuh, an dem Boden fehlt. Und dafür nehme ich jetzt einfach den Verschnitt, schneide eventuell noch ein bisschen was weg, wie ihr da sehen könnt, oder brösel und dresche etwas weg und oben habe ich dann noch ein bisschen was drauf aufgebaut. Während ich an diesem Vorgang schon war, habe ich gemerkt, dass so wie ich mir das gedacht habe, mit dieser Schablone, die ich da jetzt in der Hand habe, dass das einfach alles absolut nicht hinhaut. Das heißt, das Endprodukt, das Endergebnis sieht, wie ihr auch schon auf den Bildern gesehen habt, komplett anders aus, als wie der eigentliche Schuh aussah. Hier ist es halt auch wieder so, dass ich da mittlerweile anders vorgegangen wäre, aber für jetzt hat es auf jeden Fall gereicht und das Ergebnis war ja an sich ganz in Ordnung. Okay, ich habe jetzt angefangen, oder was ihr nicht gesehen habt, ist, dass ich die Torte jetzt einmal eben gefüllt habe mit einer Kinderschokolade-Ganache und weil ich noch ein bisschen Buttercreme da hatte und das Geburtstagskindy super gerne isst, habe ich die Torte jetzt einmal eben grob damit eingestrichen und danach ist sie erstmal in den Kühlschrank gewandert. Und ich muss euch jetzt von Anfang an direkt sagen, dass ich würde schätzen, dass drei Viertel der Zeit, an der ich diese Torte gearbeitet habe, die mich, ähm, wie soll man das sagen, also drei Viertel der Zeit hat mich einfach nur das Einstreichen gekostet. Das war extrem, extrem viel, das eigentliche Ausgarnieren und nachher das Ausdekorieren, das ging relativ schnell und war auch nicht besonders schwer, aber dieses Einstreichen, damit es einigermaßen gleichmäßig ist und ich keine Hügel und Dellen und so habe, das hat mich sehr, sehr viel Zeit gekostet, auch wegen der Kühlzeit zwischendurch und, ja, das war auf jeden Fall etwas aufwendiger. Also bei sowas, denke ich, ist auf jeden Fall viel Geduld immer optimal. Okay, hier könnt ihr jetzt sehen, ich habe noch versucht, zu diesem Zeitpunkt habe ich noch versucht, die Form so ein bisschen zu retten und habe halt diese Schablone, die ich hatte, komplett an die Torte gehalten und habe dann an dieser Schablone versucht, entlang zu streifen, um die Form so ein bisschen reinzubekommen. Aber was ich halt nicht überdacht habe, ist, dass nur weil der Schuh an der Seite so aussieht, heißt es ja nicht, dass der oben drauf diese Form hat. Das heißt, nur weil ich an der Schablone entlang gestrichen habe, der Schuh ist ja oben nicht platt und gerade. Das heißt, das würde ich auf jeden Fall beim nächsten Mal anders machen. So, hier kann meine Torte jetzt das zweite Mal, glaube ich, aus dem Kühl tragen und ich bin die jetzt auch nochmal so grob ein bisschen am glattstreichen und die groben Kanten so ein bisschen am Entfernen. Und da wollte ich euch einfach zeigen, dass ich die ganze Zeit eigentlich diesen Schuh in irgendeiner Form um mich herum habe, um den sozusagen als Vorbild zu nehmen, um ein bisschen da abzuschauen. Aber das hat, wie gesagt, im Endeffekt alles nicht so viel gebracht, weil die Proportionen da gar nicht mehr hingehauen haben. Aber naja, was ihr da jetzt seht, was ich aufgeklebt habe, ist einfach nur ein bisschen ein Verschnitt nochmal von dem eigentlichen Kuchen. Und das habe ich einfach nur mit mir so zusammengepresst wie so eine Art Cakepop und habe das aufgetragen, um noch ein bisschen mehr Dimension und ein bisschen mehr Tiefe reinzubekommen. Jetzt rückblickend darauf hätte ich gerne oder hätte ich eigentlich mehr solche Sachen machen müssen. Das heißt, bevor der Fondant oben drauf kommt, hätte ich unten drunter auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Dimension und Detail einarbeiten müssen. Also das wird auf jeden Fall, wenn ich sowas nochmal machen sollte, ein großes Augenmerk von mir sein, dass ich unter dem Fondant noch viel mehr und detailreicher arbeite. Okay, bei mir kam jetzt Garnage drauf, wie ihr da sehen könnt. Und diesen Trick mit dem Backpapier, den habe ich euch ja vor drei, vier Videos schon mal gezeigt. Das heißt, hier könnt ihr auch sehen, dass dieser Trick super für solche Formen funktioniert. Also ihr müsst den nicht nur bei so einer normalen Kuppelform oder sowas benutzen. Der funktioniert hier auch extrem, extrem gut. Okay, in diesem Bild kam die Torte jetzt glaube ich schon zum vierten Mal aus dem Kühlschrank. Und jetzt streichen wir nochmal ein. Ja, die Garnage-Schicht war außen im Endeffekt extrem dick. Aber ich habe die Torte innen relativ dünn gefüllt. Von daher war das jetzt nicht so das Problem. Außerdem hatten wir eine relativ große Geburtstagsfeier. Und ich wollte, dass die Torte relativ mächtig wird. Deswegen habe ich auch einen Brownie-Boden genommen, damit viele Leute davon essen können. Das hat im Endeffekt auch super funktioniert. Wir haben auch noch immer was vom Kuchen übrig. Wir haben so kleine Stücke geschnitten, weil die Torte so mächtig war. Das heißt, das hat auf jeden Fall super gut hingehauen. Okay, hier kommt dann jetzt nochmal der Trick mit dem Backpapier. Und dann ist das Ganze nochmal in den Kühlschrank gewandert. Und dann machen wir gleich weiter. Eure sauberen Hände sind euer bestes Werkzeug. Das hier ist das perfekte Beispiel dafür. Ich nehme jetzt meinen Finger einfach nur und gehe damit über diese inneren Kanten von da, wo der Fuß eigentlich reinkommt. Und auch über ein paar gröbere Stellen, die eventuell ein bisschen ungleichmäßig sind oder wo ganz, ganz kleine Löcher drin sind. Und fülle die mit der Garnage aus. Der Vorteil an meinem Finger ist einfach die Fingerwärme, also meine Körpertemperatur. Dadurch, dass mein Finger ein bisschen warm ist, schmilzt die Garnage unter meinem Finger ja sozusagen ein bisschen und kann dadurch leichter gleichmäßig verstrichen werden. Und schmilzt sozusagen ein bisschen in die Kanten und Ecken rein. Das heißt, habt keine Hemmungen, auch mal mit euren Händen zu arbeiten. Um Gottes Willen. Das ist auf jeden Fall immer eine super Idee. Okay. So sah dann mein Ergebnis aus, bevor ich jetzt den Fondant da drauf gegeben habe. Das Ganze ist so jetzt über Nacht in den Kühlschrank gewandert, weil es zu dem Zeitpunkt schon relativ spät war. Ja, und ich so ein bisschen die Geduld verloren habe. Okay. Hier arbeite ich jetzt mit ganz normalem Fondant. Wer eventuell ein Video dazu sehen möchte, wie ich generell Torten einschlage, das verlinke ich euch da oben einfach mal. Das ist bei dieser Form eigentlich relativ einfach gewesen, weil da jetzt keine groben, lustigen Formen sind. Außer hinten an der, wie sagt man, an der Ferse, an der Hacke war es ein bisschen kniffliger, weil das ja ein bisschen enger ist und relativ hoch. Aber ansonsten ist die Form eigentlich ziemlich, ziemlich einfach. Was ihr da jetzt sehen könnt, ist, dass ich ein bisschen Fondant nehme, also übrig gebliebenen Fondant, beziehungsweise das mache ich jetzt gleich nochmal. Ich nehme mir einfach ein Stück Fondant, knete den einmal grob zusammen und nehme dann diesen Knubbel von Fondant und gehe damit über die eigentliche Torte drüber. Ihr könnt euch vorstellen, dass so ein Fondant-Glätter, der ist ja fest und eckig und da würde auf jeden Fall keine runde Form bei rauskommen. Das heißt, wenn ihr so ein großes Stück Fondant nehmt und da über die Torte mitgeht, habt ihr auf jeden Fall ein schöneres Ergebnis. Okay, hier nehme ich jetzt, ich glaube die Farbe hieß Dark Cocoa, das ist Marzipan. Das heißt vorgefärbter dunkler Marzipan in so einem ganz, ganz dunklen Braun. Und den verknete ich jetzt mit meinem ganz normalen Fondant. Und der Vorteil davon ist einfach, dass, ihr wisst ja, dass Marzipan relativ fest in der Konsistenz ist und nicht so dehnbar und elastisch, wie zum Beispiel Fondant das ist. Und das war einfach das, wonach ich gesucht habe, wenn ich jetzt gleich die ganzen Details mache und sozusagen die Verkleidung von dem Schuh. Weil wenn ich jetzt nochmal mit Fondant da drauf gegangen wäre, dann wäre das wahrscheinlich relativ weich gewesen und würde sich schnell verziehen. Und genau das ist das, was ich nicht haben wollte. Deswegen habe ich einen festen Marzipan da untergearbeitet von Funcakes. Und das hat im Endeffekt alles hervorragend funktioniert. Auch während ich zum Beispiel Motive daraus geschnitten habe, ist mir das Ganze überhaupt nicht auseinandergerissen, sondern hat richtig schöne, saubere Kanten geschnitten. Okay, diesen zweiten Teil von diesem Marzipan, den habe ich komplett so gelassen, wie ihr sehen könnt. Das ist relativ dunkel, fast schwarz. Und den knete ich mir jetzt einmal nur grob glatt. Ich habe ein bisschen Fett an meinen Fingern und dieses Backpapier, was ihr da oben seht, das ist auch eingefettet. Das ist einfach nur gut für den Marzipan, weil der dadurch ein bisschen geschmeidiger wird, weil sie fertig gepackter Marzipan ist meiner Meinung nach immer ein bisschen trocken und hart. Und so ein bisschen Fett da einzuarbeiten, macht das Ganze auf jeden Fall ein bisschen geschmeidiger und glänzender. Was auch noch ein Vorteil davon ist, dass wenn wir das Ganze jetzt gleich ausrollen und an die Torte anbringen wollen, das Fett ist wie so eine Art Kleber dann. Das heißt, da müsst ihr jetzt nicht groß mit Zuckerkleber oder so arbeiten, das seht ihr jetzt gleich aber auch. Dieses Fett ist einfach dann der Kleber für uns. Das heißt, wir können die Deko sofort so anbringen. Und wenn uns das nicht gefällt, dann können wir das Ganze aber auch nochmal locker abmachen. Und dann können wir das Ganze nochmal neu anbringen, ohne dass wir da jetzt irgendwelche lustigen Farben an der Torte haben, wie das zum Beispiel wäre, wenn ihr mit Zuckerkleber arbeiten würdet. Okay, das heißt einmal ausrollen. Und dann habe ich mir meine Schablone genommen und habe noch so grob versucht, so ein bisschen die Form daraus zu schneiden, von diesem dunklen Streifen, den ihr da sehen könnt. Und was im Endeffekt auch total untergegangen ist, das hätte ich mir wahrscheinlich auch sparen können. Aber ja, hier könnt ihr jetzt zum Beispiel sehen, wie schön stabil der Marzipan ist. Also das ist auf jeden Fall super angenehm, bei sowas mit Marzipan zu arbeiten im Vergleich zu Fondant. Weil Fondant, wie ihr wissen könnt, relativ weich und klebrig sein kann. Und das war hier einfach absolut nicht der Fall. Und was halt auch, wie ihr jetzt sehen könnt, der Fall war, ist, dadurch, dass ich mein Papier unten drunter gefettet habe, klebt der Marzipan jetzt direkt tadellos an meiner Torte. Und ich muss dann nicht extra noch mit Zuckerkleber dran arbeiten, was super angenehm ist. Okay, was auf der einen Seite gemacht wird, muss natürlich auch auf der anderen Seite gemacht werden. Das heißt, das ist jetzt dieser Vorgang hier. Okay, dann ging es bei mir jetzt weiter mit dem helleren Marzipan Fondant Gemisch. Dieses, was ich 1 zu 1 ungefähr gemischt habe. Und das war jetzt dafür da, die eigentliche Verkleidung von dem Schuh oder, wie sagt man, die eigentliche Farbe von dem Schuh aufzutragen. Auch wieder auf dem gefetteten Papier. Da könnt ihr jetzt sehen, wie schön geschmeidig das Ganze auch ist und wie angenehm das im Handling ist. Also ich kann es euch auf jeden Fall empfehlen. Und wenn ihr sowas machen solltet, versucht es einfach mal ein bisschen Fondant mit Marzipan zu mischen. Das ist auf jeden Fall eine super angenehme Verarbeitung. Wie ihr da jetzt sehen könnt, haftet das natürlich auch schon super. Ich habe das Ganze nicht irgendwie abgemessen oder so. Ich habe das einfach nur einmal grob ausgerollt, so, dass ich auf jeden Fall den Großteil des Stückes auf dem Schuh schon habe. Und jetzt nehme ich mir einfach nur ein Cuttermesser. Nachher wechsle ich aber, was auf jeden Fall eine bessere Wahl ist, zu einem Skalpell. Und schneide jetzt einfach nur alles so, dass auf jeden Fall die Nähte zusammenkommen. Also das wäre dann der nächste Schritt. Das mache ich jetzt gleich auch hinten an der Naht, wie sagt man, an der Ferse. Oben genauso wie vorne, wo die Schnürsenke gleich reinkommen. Okay, dieses Nike-Zeichen habe ich aus der Hand geschnitten. Wenn ihr euch damit nicht wohlfühlt, dann könnt ihr natürlich auch eine ganz normale Schablone nehmen. Mir war das, ich will nicht sagen, dass mir das egal war, aber es hat auf jeden Fall super funktioniert. Und ich war da jetzt nicht so genau, ich nehme das mit diesen Marken, wie ihr wisst, nicht so genau. Von daher hat das für mich auf jeden Fall so aus der Hand geschnitten. Total gereicht und es ist im Endeffekt auch keinem aufgefallen, dass die Proportionen da eventuell nicht ganz stimmen. Okay, wie gerade schon gesagt, was auf der einen Seite gemacht wird, muss natürlich auch auf der anderen Seite gemacht werden. Das heißt, ich habe mir nochmal ein Stück von diesem hellen von Ant-Marzipan-Gemisch ausgerollt, auch wieder auf gefettetem Papier. Ich habe das ausgerollt, aufgeklebt und zurechtgeschnitten. Ich habe das ausgerollt, auch wieder aufgefettetem Papier. Okay, der nächste Schritt war unten, die eigentliche Sohle sozusagen. Und hier habe ich mit nur Fondant gearbeitet. Den hatte ich mir vorher gelb eingefärbt und das war eine einzige Matscherei und Kleberei. Also, der Fondant war bei mir mittlerweile relativ warm, dadurch, dass ich die Farbe einkneten musste. Das heißt, das hätte ich am besten etwas vorher gemacht, damit sich der Fondant nochmal beruhigen und setzen kann. Ja, ich hatte da zu dem Zeitpunkt nicht drüber nachgedacht und habe dann einfach angefangen auszurollen. Und habe das dann auch direkt wieder aufgeklebt. Habe das auch auf ein bisschen gefettetem Papier gemacht, auch wieder aufgeklebt. Dadurch hat das auch direkt gehaftet. Und habe das dann auch wieder mit meinem Skalpel getrimmt, so wie bei den anderen Sachen auch. Und weil ich nicht lang genug ausgerollt habe, musste ich natürlich dieses kleine Stück in der Mitte, innen, auch nochmal ausrollen, auch nochmal einkleben, auch nochmal trimmen. Aber das war gar kein Problem, das ging relativ schnell dann. Okay, dann habe ich mit so einem, ich weiß nicht, wie dieses Tool heißt, mit diesem Modellierding, habe ich mir einfach nur sechs Löcher eingedrückt, da wo nachher die Schnürsenkel reinkommen. Und das habe ich natürlich auf beiden Seiten gemacht, offensichtlich. Okay, und nachdem ich mir auf beiden Seiten diese sechs Löcher markiert habe, habe ich mir meinen Clay-Extruder genommen, mit diesem dünnen, ich weiß nicht, diesem dünnen Einsatz obendrauf und gelben Fondant nochmal drinne. Und damit habe ich jetzt angefangen, halt mein Fondant rauszupressen. Und diesen ausgepressten Fondant habe ich dann genommen, um die Schnürsenkel damit aufzukleben. Und dafür habe ich ein relativ langes Stück gebraucht, das heißt, während ich das gemacht habe, habe ich dann irgendwann aufgehört zu filmen, weil das ja ein relativ gleicher Vorgang ist. Von daher verpasst ihr da auf jeden Fall nicht viel. Und dann geht's. Und dann geht's. Und dann geht's. Und dann können wir jetzt auf jeden Fall nicht mehr. Und dann können wir euch hier rein. Und dann geht's. Und dann kann ich die Handeln. Und dann geht's. Okay, und dann kommen wir auch schon zum Ende vom Video. Diese kleinen Details zum Beispiel oben und vorne an dem Schuh, die habe ich auch noch mit diesem Clay Extruder gemacht und mit so einem ganz, ganz dünnen Einsatzplättchen, einfach nur mit dem dunklen Marzipan aufgeklebt mit ein bisschen Zuckerkleber. Und das war es dann auch. Also, wie ihr sehen könnt, hat mich das Ausgarnieren nachher kaum Zeit gekostet. War auch relativ einfach, weil es halt große Flächen sind an sich und es nicht so aufwendig war, aber das Einstreichen, um das gleichmäßig hinzubekommen, das ist auf jeden Fall das, was sehr, sehr aufwendig für mich war, wo ich noch viel üben muss, aber ja, ist noch kein Meister von mir mehr gefallen. Okay, so sah mein fertiger Schuh dann aus. Ich hoffe, euch hat das lange Video gefallen und ihr konntet was lernen. Ich wünsche euch noch einen super schönen Sonntag. Wer noch was anderes von mir sehen möchte, der klickt am besten auf das rechte oder linke Video. Wer mich noch nicht abonniert hat, der holt das am besten ganz, ganz schnell nach. Und dann hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Macht's gut!